Was ist das? Oh nein, der Scheibenwischer! Dreifachwischerblätter! Dreifachwischerblätter? Spring rauf! Das ist deine einzige Schorfbiene! Erwisch, du mieser Maulheld! Aha! Ich wusste es, ich hab's gehört. Du kannst also reden. Ja, sehr gut sogar. Aber jetzt wirst du erst mal reden, Freundin. Wo habt ihr den goldenen Stoff her? Wer beliefert euch? Ich weiß nicht, was du willst, Kumpel. Ich dachte, wir wären alle Freunde. Reg dich nicht so auf. Niemand will streiten mit Spienen! Du kommst zu spät. Wer gehört jetzt uns? Pech für euch! Ihr Kreuz mit dem falschen, die Klinge! Echt für euch? Ihr endet gleich als Vorspeise für meinen Leguan-Hassa. Wo kommt der Honig her? Wer liefert ihn? Honey Farms! Die haben eigene Honigfarmen! Honey Farms? Au! Oh, wow! Wer hätte einen grober! Oh, wow. Woh! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh! Oh Mann, was ist denn hier Furchtbares passiert? Diese entsetzten Gesichter, als wäre etwas in sie gefahren. Und nun befinden sie sich irgendwo im Nirgendwo. Psst, halt einfach still! Was? Du bist nicht tot? Seh ich tot aus? Hey, die wischen alles sofort weg, was sich bewegt. Wo willst du hin? Zu den Honigfarmen. Ich bin da einer großen Sache auf der Spur. Ich fahr nach Alaska, um Elche zu piksen. Irres Zeug, dröhnt dann voll die Birne weg. Ich bin auf dem Weg in die Berge. Und was ist mit dir? Der ist wirklich tot. Na schön. Oh oh. Was ist das? Oh nein, der Scheibenwischer hat Dreifachwischerblätter. Dreifachwischerblätter? Spring rauf! Das ist deine einzige Schorfbine! Warum muss bei euch immer alles so blitzelblatt, sauber und streichenfrei sein? Was soll das? Warum müsst ihr alles sehen? Macht eure Augen auf! Streckt die Kaffee aus dem Fenster! Hier ist NPR. Sie hören Nachrichten aus Washington. Ich bin Karl Kassel. Bitte tötet keine Insekten mehr! Was ist die denn? Elch-Piekser! Hörst du irgendwas? Was denn? So kleine schreiende Stimmchen. Schalt mal das Radio aus. Hey, was geht ab in, Boobie? Musik Untertitelung des ZDF, 2020